Musik Wie ihr wisst, haben wir es letztes Jahr in die Top 10 der schlimmsten Schuleinrichtungen des Landes geschafft. Also veranstalten wir diese Woche erstmal einen großen Tamtam. Die Woche der Zukunft. Liebe Schülerinnen, Schüler und andere wunderbare genderfluide, postbinäre und oder sexuell nicht konforme Geschöpfe, guten Tag, ich heiße Jean Coutou und hier in groben Zügen mein Programm. Scheiß auf die Schule, Scheiß auf den Unterricht, Scheiß auf die Werbung, Scheiß auf alles. Olivier, die Welt zu retten, heißt nicht bloß auf eine Demo zu gehen oder zu einer Menge zu sprechen. Du musst wütend bleiben und glücklich. Vielen Dank.